Embrace the Future, das neue Leitmotiv der Drupa in Düsseldorf. Umarmen sollen die Beteiligten eine Zukunft, die sich stark unterscheidet von Zeitungsdruckzeiten und Büchern schwarz auf weiß. Produkte aller Art werden heute durch Drucktechnik veredelt, auch Verpackungen. Nicht nur eben die grafischen Papiere oder Kartonagen, die bedruckt werden, sondern nahezu alle Substrate. Ob das Tapeten textile Bedruckstoffe sind, ob das Laminate, Böden, Glas, alles das hat ja auch schon auf der Drupa 16 eine sehr große Rolle gespielt. Also das Universum, das Print Universum ist an der Stelle wirklich groß. Je nach Wert eines Produkts kann auch der Druckaufwand für die Verpackung hochgeschraubt werden. Mit Offset-Massen-Zeitungsdruck hat das nichts mehr zu tun. Teilweise lassen sich Schachteln schon heute individuell mit dem eigenen Konterfall versehen. Und dieser Markt wächst ordentlich. Es hat einen starken Fokus auch in Richtung Packmittelveredlung, Packmittelproduktion gegeben. Und vor diesem Hintergrund sind die Zahlen sehr positiv. Je mehr eben auch das Thema Packaging boomt, desto mehr sind natürlich auch Prozesse unserer klassischen Aussteller beteiligt, was eben Druck und Veredelung anbelangt, bis hin zu Smart und Intelligent Packaging. Und auch die Maschinenbauer haben das Potenzial erkannt. Der Verpackungsdruck spült bis 2020 44 Milliarden US-Dollar mehr in die Kassen, laut Prognose des Deutschen und des US-Amerikanischen Herstellerverbandes. Das sind Wachstumsraten von 5,2 Prozent. Diese Zukunft umarmt die Branche sicher gern. Das ist Wachstumsraten von 6,2 Prozent.